Oh, ich bin gerade zu faul. Ich zoome jetzt mal. Das wird jetzt nichts, sehe ich gerade. Muss auch nicht. Reicht ja, wenn man es sieht, oder? Ähm, ich frühstücke gerade. Ja, voll lecker hier. Zeig euch mal. Na? Ach Gott. Jetzt ist Brötchen, halt, kann man ja gar nicht sehen. Nein! Brötchen mit Schabefleisch. Das war geil. Ich war gerade beim Bäcker und hab mir was geholt zum Frühstücken, ne? So. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Das wart ihr eigentlich schon. Ach, nee. Unterwegs hab ich wieder schlaue Leute getroffen. Ach, das war schön. Da war wieder einer, der mir sagen wollte, obwohl er nichts zu sagen hat, wollte der mir was sagen. Zudem hab ich dann auch was gesagt. Nämlich folgendes. Hab sie ihm gesagt, sie Arschloch, ich kann sie ja mal an die Leine nehmen. Hab ich gesagt. Das war aber noch im Wald, ja? Ähm, ähm, äh, wenn ich in Richtung Bäcker gehe, sind die Beten natürlich an der Leine, ja? Ähm, muss ich machen, weil ich will ja auch, äh, mit dir, äh, in Zukunft überall hingehen können, ja? Und da muss ich jetzt schon mal dafür Sorge tragen, dass die bei jeder Straßenkreuzung anhalten, sich hinsetzen von alleine. Ja, ich meine jetzt Jill und Sunny, ne? Ähm, damit ich da nicht immer was sagen muss. Das geht mir nämlich auf den Keks, ja? Jedes Mal muss ich was sagen, ja? Ähm, mir ist das lieber, wenn die sich von alleine hinsetzen, ja? Und warten, bis ich Zeichen gebe, damit sie dann loslaufen können, ja? Und so weiter, dann wird's halt da. Ja, also, das mach ich schon sehr gut, sag ich mal, ja? Also, das kann ich schon sehr gut, weil, warum? Naja, dank Stefan, und zwar, ich meine Stefan, ähm, K., Stefan K. meine ich, nicht den Stefan, den ich von hier kenne, ja? Der ist mir wurscht. Gott sei Dank ist der mir wurscht. Gott sei Dank, du. Das hätte mir noch gefehlt, wenn ich, ja? Nein, so schön. So, wir wollen ja nicht hetzen, ja? Ähm, ähm, aber wer mich nicht beachtet, der kann damit rechnen, dass ich ihn auch nicht beachte. Sagen wir es mal so, okay? Juhu, so, jetzt weg, weiter frühstücken. So schön auf der Welt zu sein, sag die Biene, halt die Biene zum Stachelschwein, so geil. Da sind noch mehr, guckt mal. Ah, hier essen sie gleich alle auf. Ich hab auch nichts übrig gelassen, ja? Ähm, diesmal, sonst lass ich ja immer was übrig. Ja, ähm, 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 ich hab bei, ey, ey, viel zu teuer, oder? Schabe vielleicht für die Hunde? Haha, aber ja, ey, ja, für Jill und Sunny mach ich das, ja? Die haben den Rest bekommen und damit hat sich das. Ok, tschüss!